Na, das nenne ich doch mal eine Kulisse, oder? Servus miteinander, hier ist dein Neuzeit-Bayer. Bis jetzt habt ihr noch keine Beiträge von mir gesehen, weil ich einfach zu faul war. Denn bei mir wird's wahrbläht, der Herr Grätz. Das heißt, ich muss natürlich auch sagen, dass ich es aktuell nicht geschafft habe, irgendwas zu produzieren. Also fangen wir jetzt mal an. Ich befinde mich momentan auf Malta. Das ist das Meer. Also, nicht die Lichter. Die Lichter sind natürlich irgendwas anderes. Irgendeine Stadt oder Dorf oder etwas Ähnliches. Muss ich noch eruieren, ich bin nämlich erst einen Tag da. Aber ich werde von hier aus Malta einiges berichten. Und dann gibt's ab jetzt ein paar Beiträge. Weil jetzt habe ich die Zeit dazu. Meine andere Tätigkeit, die ist zu Hause. Also, wir sehen uns. Pfiatzeich. 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 Sch earschenk. Pfiatzeich.